Und jetzt können wir ihn gleich gnadenlos überrennen mit purer Masse und das ist dann wieder cool an den Zerg. Ja liebe Freunde der Zocker Lounge, herzlich willkommen zurück hier bei StarCraft. Und heute beginnt die Zerg-Kampagne mit Episode 2 und wir klicken einfach mal drauf. Zerg-Kampagne Overmind. Die Schwärme haben den schwachen Widerstand der Menschen zerschmettert und 9 der 13 terranischen Welten in Schutt und Asche gelegt. Wie? 9 der 13? Uns ging es doch gerade noch gut. Kurz nach dem Fall der terranischen Hauptstadt Tasonis verließ die Hauptflotte der Protoss, den terranischen Sektor. Wow. Im Moment wird auf Tasonis immer noch versucht, die letzten verbleibenden Truppen der Protoss auszurotten. In den Ruinen. Tasonis, Hauptwelt der Konföderation. Wow. Erwache mein Kind und wade in der Glorie, die dein Geburtsrecht ist. Wisse, dass ich der Ohrenleid bin, der ewige Wille des Schwanz. Okay. Und du wurdest erschaffen, um mir zu gehen. Äh, Servus. Sei dir bewusst, dass ich dich unter die größten meiner Zelebraten führen werde, damit du an ihrer Weisheit und ihrer Erfahrung teilhaben kannst. Dennoch dienst du einem einzigartigen Zweck. Während sie meinem Willen unzähligen Boden weitergeben werden, wird dir nur ein einziger Zögling anvertraut. Denn ich habe eine Kreatur gefunden, die vielleicht der größte meiner Agenten werde mit. Noch befindet sie sich in einem schützenden Kokon und erwartet ihre Wiedergeburt in den Schwanz. Na, wer das wohl sein wird? Du musst diesen Kokon beschützen und alles daran setzen, dass der Kreatur in seinem Inneren kein Leid geschieht. Gehe jetzt und fühle dich sicher, wie deine Zerginnen. Okay, das war ja mal eine Ansprache. Der Obermind, okay. Ziele, errichten sie einen Brutschleimpool, errichten sie einen Hydralist-ken-bau, beschützen sie den Kokon. Na gut, jetzt sind wir zerk. Die Brutstätte ist das Herz einer jeden Zerklein. Okay. Sie generiert spontan Larven, aus denen dann wiederum deine Verkauf. verschiedenen Krieger und Arbeiter geschaffen werden. Was können wir denn schon alles bauen? Ich schaffe jetzt eine Drohne und beginne mit dem Sammeln von Ressourcen. Schau mal rein. Check mal ab, was hier so geht. Overlords dienen zur Steuerung deiner Untergebenen. Nimm deren Zahl zu, musst du mehr Overlords ausbreiten, um sie zu locken. Du hast genügend Mineralien. Wähle eine Larve an und lasse sie zu einem Overlord mutieren. Was, zu einem Overlord? Okay, ich muss wieder kurz ein bisschen Overlord mutieren. Ach so, mach ich doch schon. Mensch. Wir brauchen Overlords. Da kommt er doch schon. Alles gut, Leute. So, und eigentlich wollte ich hier mal ein bisschen abscouten. Okay, im Prinzip müssen wir hier verteidigen. Um neue Kriegerstränge zu erschaffen, musst du die verschiedenen Schwarmgebäude generieren. Die Drohnen mutieren zu solchen Strukturen. Aber Vorsicht. Verwende nie deine letzte Drohne, um ein neues Gebäude zu erschaffen. Oh, sonst habe ich ja keine mehr. Zum Ressourcen sammeln. Alles klar. Dann schicken wir mal zwei los und... Ach komm, wir schicken alle los. So. Geil. Zerg. Lang, lang ist her. Also es war nie meine Rasse. Dir bin ich eigentlich nie klargekommen, weil das mir alles ein bisschen zu schnell war. Wow. Was geht denn hier ab? Zerlegt ihn. Befehl jetzt deiner Drohne, sich in einen Brutschleimpol zu verwandeln. Schnell zurück. Wie du siehst, können sich Gebäude nur auf einem Kriecher festsetzen. Ja, sehe ich. Und ich habe wieder zu wenig Ressourcen. Na, klasse. Komm, macht mal hier 200. Los. Bam. Und das reicht die nächste. Drohne? Heißt hier Drohne? Okay. Du willst du mal davor und scout mal ein bisschen. Und mit dem Brutschleimpol können wir dann selber Zerglinge bauen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Also die hier, glaube ich zumindest, sind eigentlich auch nicht schwächer wie ein Space Marine. Haben halt keine Nahkampfwaffe, sondern nur eine Fernkampfwaffe. Sind deshalb, ja, ein bisschen schwächer vielleicht. Aber ich meine, was kosten die eigentlich? Sehe es noch nicht. Okay, ich meine aber, die sind noch billiger. Beziehungsweise sie kosten genauso viel, aber ich kriege jetzt gleich zwei. Für den Preis. So. Was haben wir hier? Das ist eine Zergling-Geschwindigkeit. Dann tun wir das doch. Was geht eigentlich hier an dem Korkor? Junger Korkor. Geht hier irgendwas? Ich wirklich? Wer bist du denn jetzt? Okay. Äh. Okay. Da oben. Okay, nice. Dann zerlegen wir sie halt, hm? Tun wir mal da hoch. Noch ein paar. Du vielleicht hier hin. Yeah. Da haben wir jetzt einen Abwehrturm draus gemacht. Und hier können wir auch ein bisschen... Achso, da läuft ja jetzt keiner, ne? Also, der Nachteil, den die Zerg haben, ist nicht nur, dass sie nur aus dem Schleim bauen können. Die Drohnen werden auch in die Gebäude umgewandelt. Also, die Drohne ist danach auch weg, anders wie bei den Terranen. Bei den Protos ist es dann nochmal anders. Die, ähm, tun nur einen Warp-Kern, ähm, beschwören. Sagt man denn, keine Ahnung. Und können dann schon gleich weiter rennen. Die haben es dann so gesehen, da am besten, ja. Wow, die Sounds. Muss ich mir auch erst wieder dran gewöhnen. Schleim, Schleim, Schleim. So, hier machen wir auch noch einen Abwehrturm hin. Und wir kriegen jetzt hier noch ein bisschen Schleim dazu. Und ihr zwei geht mal Gas sammeln. So, in etwa habe ich mir das vorgestellt. Haben wir eine auf Schleim einen Vorteil sonst? Weiß ich nicht. Eingraben erforschen. Ja, okay. Was kostet denn der Hydralistenpool? Der braucht 15. Hier, die Evolutionskammer können wir bauen. Macht wahrscheinlich auch alles Sinn, ne? Um mal ein paar Gebäude zu bauen. Komm du mal hier hoch. Oh, du mal hier noch einen hin. Pam, pam. Jetzt noch nicht so spannend, ne? Jetzt hier, Hydralistenpool. Da baut den mal irgendwo hier hin. Und hier können wir jetzt Updates fahren. Okay. Brauchen dafür aber deutlich mehr Gas. Na. Hier machen wir mal Luftabwehr hin. Keine Ahnung, ob ihr da schon in der ersten Mission gleich zum Fliegern kommt. Und ihr kriegt vielleicht noch ein paar Zerklinge hier hoch. So, Zerkling-Geschwindigkeit ist schon mal sicher sinnvoll. Ich kann nicht die in Mission 1 mit Zerklinge überrennen. Vielleicht sogar. Keine Ahnung. Was kostest du denn? 150, 150. Okay. Was baue ich hier? Einheiten. Das Eingrab-Update können wir mal machen. Und vielleicht auch mal einen Hydralisten bauen, ne? Komm, jetzt gehen wir mal mit euch. Einfach mal los. Schauen wir mal, was hier so geht. Hier geht auf jeden Fall mal was. Jetzt ist sie fertig. Okay. Da müssen wir hier wohl schnell wieder stärken. Wir können jetzt ja mal... Halt nicht das Ei, mal das Gebäude auf. Steuerung 1. Tja, die gehen wohl alle drauf. Okay. So viel zu meiner Base-Verteidigung rechts. Aber hier oben haben wir mal stehen. Das wird schon passen. So, jetzt könnten wir uns eingreifen, aber eigentlich brauche ich es ja nicht, ne? Ähm, wir machen mal das Update. Und das nächste Speed-Update hätte ich auch gerne. 1, 2, 3, 4. Passt eigentlich, ne? So, läuft das auch. Sehr schön. Und da wir einen Mud-Minerals-Überschuss haben, tun wir Zircling geboren. Aha. Da kam die Revenge. So nicht, Freundchen. So nicht. Komm, komm, komm. Ich brauche mehr Larven. Ziemlich schlau, alleine zu kommen. Okay. So, reicht mir eigentlich. Gruppe ist eh gleich voll. Attacke. Das ist halt schon deutlich schneller wie der Hydralist. Aber dem sein Update ist ja auch noch nicht fertig. Da habe ich wieder einer Stressen-Attacke. So. War übel. Jetzt verliere ich wieder alle. Also ein Zircling-Drupp ist dann wohl nicht wirklich, ne? Effektiv. Mal abchecken, was da noch so geht. Wenn es noch welche kommt, graben wir uns ein. Halt mal. Den können dann noch schön killen. So. Haha. Und Zirc regeneriert sich ja von alleine, ne? Langsam wieder. Brennst du stark? Nö. Aber so richtig weitergekommen bin ich da als ja auch nicht. Können wir noch ein Reichweiten-Update machen? Check du mal, was hier oben vielleicht noch geht. Ja, erforscht mir mal bitte ein bisschen die Karte. Okay. Okay. Schick, schick, schick. Bleib du mal hier. Und wir bauen. Och, das regt mich auf. Also hier könnte man eine Base bauen und das würde ich gerne auch tun. Kommt ihr mal her. Wo war denn da gerade der Flammenwerfer? So. Bleib ihr mal hier. Und wir holen uns da noch ein paar Drohnen. Gut. Nächster Update. Diesmal für die Hydralisten. Okay. Und wir können auch mal ein Overlord hinschicken. Er kommt hier hoch. Und du baust mir eine Base. Und du? Tja. Du stehst erstmal nur dumm rum. Aber hier ist auch noch ein... Okay. Und hier kann er Lufteinheiten bauen. Na, das geht ja mal gar nicht. Du auf den. Du auf den. Oh, verdammt. Jetzt sollte ich dringend hier oben auch Einheiten hinschicken. Und zwar mal alle Hydralisten. Damit ihr mir den Flieger weg macht. Tja, habe ich mir irgendwie einfach einfacher vorgestellt. Aber egal. Wir leben noch alles gut. So. Jetzt können wir hier wieder weiter bauen. Oh, das dauert ja ewig. Also die Zerg-Kampagne ist schon deutlich anspruchsvoller wie die Terraner-Kampagne. Das war ja dann mehr so... Ja, eine Art Tutorial, ne? Episode 1. Kann man, glaube ich, so sagen. So. Das mit aber reicht nicht. Das zerfetzen muss er. So. Weg damit. Was ist denn da, gibt es hier wie Sand am Meer, oder was? Wir sind hier aber auch schon nah an seiner Basis. So, du bleibst mal hier. Ihr geht verteidigen. Das mit dem Eingraben, das gefällt mir. So, jetzt haben wir hier unten, jetzt haben wir mehr Larven. Jetzt können wir auch doppelt so viel bauen. Und jetzt können wir hier wie drüben, könnt ihr eigentlich gleich hier verteidigen. So, bleib du mal da. Du machst hier vielleicht noch ein bisschen Luftabwehr hin. Und sonst könnt ihr mir jetzt schon hier einhalten bauen. Oh, klasse. So, Overlords, okay. Check mal, wie es hier geht. Warum bau halt noch welche? Komm schon. So, gucken wir noch, was hier lol so ist. Updates technisch haben wir jetzt alles. Die Gasquelle, die schenken wir uns mal. So, weiter einhalten. Zack, zack. Darf einer hier hin und einer darf hier unten hin. Nicht gut. Speed Updates haben wir ja. Und jetzt beginnt dann schon die freudige Massenproduktion. So, sammelt euch mal hier unten. Und jetzt will ich was tot sehen. So, was geht hier noch so? Nicht mehr viel. Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Jetzt könnt ihr eigentlich auch gleich da hochlaufen. Und jetzt können wir ihn gleich gnadenlos überrennen. Mit purer Masse. Und das ist dann wieder cool an dem Zerg. Vielleicht noch einen Detektor hier hinfliegen lassen. Aber kann hier hinfliegen. Lass mal alles sehen. So, da stehen noch Zeitlinge rum. Ach und wisst ihr, ich glaube das reicht, oder? Unkrieg. Ne? Wieso kann ich nicht Angriff drücken? Doch, kann ich. So. Alle reingeschickt. Ich glaube, jetzt hat er schon ein richtiges Problem. Bam, 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 bam. Läuft. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Bam. Was ist das? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gesiegt. Und in diesem Sinne, mal wieder eine kürzere Mission, nachdem die letzte ja ein bisschen ausgerufert ist. Möchte mich wie immer bei euch bedanken fürs Zuschauen. Und wir sehen uns natürlich mit dem Zerg. In Episode 2, Mission 2, hier auf der Zocker Lounge. Also, dranbleiben. Bis dahin, haut rein. Ciao. Bis dahin, haut rein. 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 Vielen Dank.